Wenn die Morgenstille, lusive Gedanken aus aufbricht, entstehen feinste Klänge, die sich in Bilder auflösen und all das sichtbar machen, das uns verborgen scheint. Bilder beginnen zu klingen, derweil Musik Herzen öffnet, wie die Blumen ihre Blüten, bis die Abenddämmerung dann lockt mit ihrer Stille. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik Ein reges, leises Rauschen und Singen, das sich in den fallenden Tag verklingt. Lichte Schatten zum Abend hinklingen, derweil die Dämmerung lautlos beginnt. Der Tag bleicht wandelnd hin zur Nacht, als ein immer währendes Gezeitenspiel. Winde verstummen, ein Käuzchen erwacht, Schatten verblassen, sie sind nun am Ziel. Musik 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 Vielen Dank.